Hallo und herzlich willkommen bei Bioprofil. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Miriam Kurzbach und wir machen heute den zweiten Teil unserer Special Edition zum Thema Covid-19 beziehungsweise zum Coronavirus. Im ersten Teil haben wir schon besprochen, wie ihr mit der Ernährung eure Psyche und euer Nervensystem unterstützen könnt. Heute widmen wir uns unserem Immunsystem, denn was schützt uns besser vor unerwünschten Einflüssen von außen, wenn nicht ein starkes Immunsystem. Hier kommt auch wieder die Ernährung ins Spiel, denn es gibt einige Nährstoffe, die für unser Immunsystem ganz besonders wichtig sind und die möchte ich gerne heute mit euch besprechen. Der erste wichtige Nährstoff für unser Immunsystem ist das Vitamin C. Vitamin C ist ein wasserlösliches Vitamin. Das heißt, es kann von unserem Körper nicht gespeichert werden, sondern wir müssen das regelmäßig über die Ernährung zuführen. In unserem Körper ist es dann als Antioxidant aktiv. Das heißt, es fängt freie Radikale ab und schützt unsere Zellen vor oxidativem Stress. Das ist übrigens auch der Grund, warum es in der Lebensmittelindustrie als Zusatzstoff in vielen Fertigprodukten eingesetzt wird. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, empfiehlt eine tägliche Zufuhr von etwa 100 Milligramm pro Tag. Die könnt ihr ganz leicht über verschiedene Obst- und Gemüsesorten erreichen, zum Beispiel Zitrusfrüchte, Beeren, Paprika oder auch Brokkoli. Darüber hinaus verbessert Vitamin C die Aufnahme und die Verwertung verschiedener Spurenelemente. Dazu erfahrt ihr später auch noch mehr. Wir verwenden als Vitamin C-Quelle die Acerola-Kirsche und wenn ihr mehr zum Thema Vitamin C bzw. der Acerola wissen wollt, dann könnt ihr gerne auf der entsprechenden Produktdetailseite unseres Bio-Acerola vorbeischauen. Der zweite wichtige Nährstoff für unser Immunsystem ist das Eisen. Es handelt sich hierbei um ein essentielles Spurenelement, das wir ebenfalls regelmäßig über die Ernährung aufnehmen müssen. Eisen ist in erster Linie wichtig für den Sauerstofftransport in unserem Blut, da es ein Bestandteil des Hämoglobins, das heißt unserer roten Blutkörperchen ist. Die DGE empfiehlt eine tägliche Zufuhr von 10 Milligramm für Männer und von 15 Milligramm für Frauen. Für Frauen ist der Bedarf ein wenig erhöht aufgrund der Menstruation. Gute Lebensmittelquellen sind in erster Linie tierische Lebensmittel, das heißt zum Beispiel Fleisch und Eier, aber auch viele pflanzliche Lebensmittel enthalten Eisen wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, Haferflocken und Vollkorngetreide. Wichtig zu beachten an dieser Stelle ist, dass das Eisen aus tierischen Lebensmitteln etwas besser verfügbar ist als aus pflanzlichen Lebensmitteln. Deshalb sollten bestimmte Personen, zum Beispiel Vegetarier und Veganer, die tierische Lebensmittel wenig oder gar nicht verzehren, besonders auf ihrer Eisenversorgung achten. Verbessert werden kann die Aufnahme und die Verwertung des Eisens auch durch die Kombination mit Vitamin C. Ich hatte das vorhin schon kurz angesprochen. Ein guter Trick ist zum Beispiel einfach ein Glas Orangensaft zum Essen zu trinken. Zink ist ein weiteres lebenswichtiges Spurenelement für unser Immunsystem. Die Versorgung hängt stark ab vom Verhältnis absorptionsförderner zu absorptionshemmenden Nahrungsbestandteilen. Denn es gibt einige sekundäre Pflanzenstoffe, dazu gehören Tannine und Phytate, die die Aufnahme von Zink in unserem Darm beeinträchtigen können. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung spricht ihre Empfehlungen für die Zufuhr deshalb in Abhängigkeit des Phytatgehalts der Nahrung aus. Das heißt, bei einem mittleren Phytatgehalt zum Beispiel, wie das bei einer vollwertigen Ernährung oder bei einer vegetarischen Ernährung der Fall ist, liegt die empfohlene Zufuhr bei 8 bis 14 Milligramm pro Tag. Gute Quellen sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, Haferflocken, Käse und auch Rindfleisch. Und auch hier kann die Kombination mit Vitamin C die Absorption und die Verwertung steigern. Das letzte essentielle Spurenelement, auf das ich gerne eingehen möchte, ist das Selen. Selen ist ein Bestandteil vieler antioxidativ wirksamen Enzyme in unserem Körper und deshalb wichtig für den Schutz des Organismus vor oxidativem Stress und vor Zellschädigungen durch freie Radikale. Der Selengehalt unserer Lebensmittel hängt stark ab vom Selengehalt der Böden und ist sehr variabel. Es gibt einige Pflanzen, die besonders viel Selen anreichern können. Das sind zum Beispiel Paranüsse, Kohlgemüse, Zwiebelgemüse, Pilze, Spargel und auch Hülsenfrüchte. Und die DGE schätzt eine angemessene Zufuhr auf 60 bis 70 Mikrogramm pro Tag. Als letztes besprechen wir heute das Vitamin D. Vitamin D ist ein fettbildliches Vitamin, was in unserem Körper auch im Fett- und Muskelgewebe gespeichert werden kann. Es spielt eine große Rolle für unsere Knochengesundheit, da es entscheidend am Kalzium- und Phosphatstoffwechsel beteiligt ist. Aber es ist natürlich auch wichtig für die Immunfunktion und auch für die Muskelfunktion. Unter allen Vitaminen nimmt das Vitamin D eine Sonderstellung ein, denn es kann sowohl über die Ernährung zugeführt als auch von unserem Körper selbst durch Sonnenbestrahlung gebildet werden. Die Bedarfsdeckung über die Ernährung macht auch eher eine untergeordnete Rolle aus mit etwa 10 bis 20 Prozent, sodass wir unsere Versorgung hauptsächlich über die körpereigene Synthese sicherstellen oder über die zusätzliche Einnahme von hochwertigen Supplementen. Da eignen sich zum Beispiel Vitamin D-reiche Öle wie unsere Vitamin D3-Tropfen. Und die DGE empfiehlt bei fehlender körpereigener Synthese eine Zufuhr von 20 Mikrogramm Vitamin D bzw. 800 internationalen Einheiten. Grundsätzlich könnt ihr euren Nährstoffbedarf gut über eine ausgewogene und abwechslungsreiche Kost decken. In bestimmten Situationen kann der Bedarf an einzelnen Nährstoffen jedoch erhöht sein oder die Versorgung über Lebensmittel reicht aus verschiedenen Gründen nicht aus. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Ernährung aufgrund von Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten eingeschränkt werden muss oder wenn ihr ganz bewusst auf bestimmte Lebensmittel verzichtet. In solchen Fällen kann dann eine gezielte Ergänzung dieser Nährstoffe zusätzlich zur Ernährung zur Bedarfsdeckung beitragen. Eine Multilösung bietet euch zum Beispiel unser Shield. Es handelt sich hierbei um ein Komplex aus Vitaminen und Mineralstoffen, die euch eine gute Basisversorgung verschaffen. Und hier sind zum Beispiel auch das Vitamin C und die essentiellen Spurenelemente, die ich eben schon angesprochen hatte, enthalten. Speziell zur Unterstützung des Immunsystems haben wir unseren Makroimmunkomplex entwickelt. Enthalten sind speziell aufgereinigte Beta-Glucane aus Bierhefe, deren Struktur von Immunrezeptoren im Darm erkannt werden können und die sich deshalb in Kombination mit Vitamin C und Zink besonders zur Unterstützung der Abwehrkräfte eignen. Auch hier bestenfalls wieder in Kombination mit ausreichender körperlicher Bewegung. Entgegen jeglicher Werbeversprechen gibt es kein Nahrungsergänzungsmittel, was vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützt. Aber nichtsdestotrotz ist eine gute und bedarfsoptimierte Nährstoffversorgung unverzichtbar für unser Wohlbefinden und die Gesundheit des gesamten Organismus. Denn nur dann können jegliche Stoffwechselprozesse reibungslos ablaufen und die Funktionsfähigkeit unseres Körpers sicherstellen. Ich hoffe, es waren bereits viele hilfreiche Informationen für euch dabei. Wenn ihr noch mehr zum Thema Immunsystem, Nährstoffe und gesunde Ernährung wissen wollt, dann schaut auch auf www.bioprofil.de in unserem Blog oder auf den entsprechenden Produktdetailseiten vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr über ein Like oder auch über ein Abonnement unseres Kanals. Weitere Fragen könnt ihr gerne auch in die Kommentare stellen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!